Halli, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal war ich wieder in der YouTube-Landschaft unterwegs und habe ein lustiges Video gefunden, was ich gerne mit euch zusammen angucken würde. Ich würde sagen, wir gucken uns das Video erstmal gemeinsam an, weil das Video auch nicht so lang ist und danach sprechen wir nochmal darüber. Oder reagier da drauf. Tonburger Also, der Tonburger ist doch wirklich ein Masterbag. Wir sollten draußen das stellen, da kann jeder sehen und auf uns neidisch sein. Fünf Minuten später. Das ist doch gleich viel besser, geben wir mal unser Geld zielen. Aha. Ich weiß auch nicht, warum es liegen könnte, aber irgendwie habe ich Lust auf Burger bekommen. Hey, da drüben auf der Säule ist auch ein Burger. Äh... Moment mal! Irgendwas an diesem Burger kommt mir richtig verdächtig vor, dass es ungenießbar für mich macht. Ich hab's, da ist Käse drinne und ich hasse Käse über alles. Oh, der Arme. Okay. Später. Mal schauen, wie es beim guten Leuten Burger geht. Was zu erlöst es? Wie kann man so gucken? Das nächste... Also, in diesem Video geht es darum, dass ein Bürgermeister einen, glaube ich, Steinburger auf einer Säule draußen hingestellt hat, damit die ganze Bevölkerung sehen kann. Und dann war da so ein Typ, der hat gesagt, ja, ich hab Hunger bekommen auf Burger. Dann ging der so ein bisschen spazieren und hat auf einmal so Burger gesehen und dann hat er den einfach gegessen und seine Zähne waren im Nachhinein kaputt. Dann hat er gesagt, danke für den Burger, aber nächstes Mal bitte mehr Ketchup. Ich find's auf jeden Fall sehr witzig. Es war unterhaltsam gestaltet. Wenn ihr euch selber das Video nochmal so angucken wollt, ohne meine Reaktion, dann könnt ihr auch gerne nochmal in die Infobox gehen. Da ist das Video auch natürlich wieder verlinkt. Und wenn ihr mehr Funchise-Videos haben wollt, wo ich YouTube-Videos aus der YouTube-Landschaft heraus suche und euch zeige, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video ein Like da. Wenn die Films-Fikes voll sind, dann kommt noch eine Folge. Teilt das Video mit euren Freunden. Ihr würdet mich damit super unterstützen. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann abonniert mich. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Wenn ihr irgendeine Video-Idee habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare.